Ja, jeder kennt ihn, jeder kennt seine Bücher, er ist ein absoluter Superstar, international und besonders in Deutschland wahnsinnig erfolgreich, Efraim Kishon. Jetzt inszeniert er sein mittlerweile neunte Stück und ausgerechnet in einem kleinen Berliner Theater namens Tribüne wird die Uraufführung stattfinden. Dieses Theater hat zuerst hier gerufen, als Efraim Kishons neues Stück fertig war. Und so kam es, dass der meistgelesene Satiriker der Welt seit zwei Monaten in Berlin verweilt und am Ernst-Reuter-Platz intensiv auf die Premiere hinarbeitet. Während der Proben hat er das Stück nochmal kräftig verändert und teilweise an die Schauspieler angepasst. Wie ist es, mit einem wie Kishon spielen zu dürfen, der hier Autor und Regisseur in einem ist? Er gehört zu denen, die unglaublich genau sind, penibel, unheimlich penibel. Es ist ja sehr anstrengend entsprechend, aber was man ihm wirklich zuguteilen kann, er sprüht von Ideen. Der Vaterschaftsprozess des Josef Zimmermann führt zurück ins Jahr Null der Zeitrechnung. Kishon nimmt die heilige Familie ins Kreuzverhör und serviert uns die Weihnachtsgeschichte grotesk. Gott wird angeklagt, der Vater des Kindes zu sein, das Maria fünf Monate zuvor zur Welt gebracht hat. In diesem Gericht eine Vaterschaftsklage gegen den Herrn im Himmel vor, alias der Herr, alias, Moment bitte, heilig sei sein Name. Ich habe mir diese Titel nicht ausgesucht. Tut nicht zur Sache. Im Rahmen der vorliegenden Klage... Wer gottlos ist, ist ein Idiot, sagt Kishon, während Maria, Josef und ein gewisser Herr im Himmel sich auf der Bühne mit Absurditäten wie Bluttests und Leihmutterschaft befassen müssen. Wer Kishons Bücher liebt, wird auch am Humor dieses Stück seine Freude haben. Protestieren Sie hier nicht drum, euer Ehren. Ich bin nicht der Vater. Sie sind nicht der Vater. Also, wer ist es dann? Herr Zimmermann, er schreift. Es ist keine Klamotte, es ist ganz, ganz zauberhaft und ganz, ganz zurückgenommen. Man muss sehr aufpassen, dass man nicht so sehr drauf drückt, dass man ganz vorsichtig damit umgeht und so, sonst sehr zerbrechlich. Das ist schön, so wie seine Bücher sind halt, also so ein stiller Humor, ein denkender Humor. Er möchte von Ihnen wissen, woran Sie sich bei der ganzen Sache noch erinnern können. Erinnern, erinnern, erinnern. Ephraim Kishon zeigt sich bester Laune und zufrieden. Das Stück kann er jetzt nicht mehr verbessern, sagt er. Wie auch, denn so schöne Liegestützen haben wir vom lieben Gott noch nie gesehen. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie hier sind. Eine ganz große Ehre für uns, Eva Eben Kishon. Was haben Sie gerade gesehen? Haben Sie vielleicht irgendwie Einwände gegenüber dem, was die Schauspieler gesagt haben? Nein, dann wäre ich nicht hier. Aber es ist immer so, dass ich hätte auch andere Sachen auch gezeigt, aber ich hatte einen guten Eindruck. Es war nicht mit schlechten Willen gemacht. Das Theaterstück erzählt die biblische Geschichte von Maria und Josef. Schön erzählt, absurd. Können Sie sich vorstellen, dass strenge Gläubige über das Stück lachen? Ja. Ja. Schauen Sie, es ist so, dass ich kann nicht so etwas schreiben, was zu jedem spricht, ja, und auch interessant ist. Aber auch die Gläubiger müssen filmen, wenn jemand es mit bösen Willen gemacht hat und Karikaturen gemacht hat und wollte nur beleidigen und erniedrigen. Oder jemand hat über ein historisches Ereignis eine Komödie geschrieben. Und das historische Ereignis geschieht in meinem Land, in Israel, heute. Ja, und alle Teilnehmer sind Juden. Ja. Überraschend, ja? Sie haben wirklich schon an vielen großen Bühnen aufgeführt. Ja. An vielen großen Bühnen. Jetzt sind Sie in einem kleinen Theater, in der Tribüne. Ja. Warum haben Sie das gewählt? Ja, das muss ich fragen, warum nicht? Ja, aber es ist doch... Es ist kleiner, es ist... Zu Ephraim Kichon, denke ich, gehört ein großes Publikum. Ja, das große Publikum kann viele Jahre lang in ein kleines Theater kommen. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe schon wirklich in der ganzen Welt inszeniert. Immer meine eigenen Werke. Aber ich habe fast nie diese reine künstlerische Vergnügen haben, was ich habe. Der Atmosphäre ist unglaublich freundlich. Die Schauspieler sind außerordentlich gut. Natürlich, es ist kein Zufall. Mein guter Regisseur ist jemand, der gute Schauspieler rausholt, ja? Und ich war viermal in Berlin. Und zweimal nur für Maria, ja? Ja. Ja. Und ich habe, wie gesagt, nie ein Geheimnis davon gemacht, dass die Atmosphäre und die Schauspieler, das ist der Theater, der Regisseur hilft den Schauspielern, ihre eigene Persönlichkeit zu verkaufen. Und der Schriftsteller auch tut sein Best. Aber eigentlich, das hängt von den Schauspielern an. Und ich muss sagen, es ist sehr gefährlich, was ich sage, aber ich bin bereit, es feierlich zu erklären. Dass wenn dieser Stück, diese Vorstellung, nicht ein großer Erfolg ist, nur ich bin schuldig daran. Nicht die Schauspieler. Jetzt haben Sie es gesagt. Ja, ja. Schön. Ich wage es zu riskieren. Ach, die Schauspieler haben doch ein gutes Gefühl und sind sehr, sehr zufrieden mit Ihnen. Ja, schauen Sie, es ist so, dass es, gute Schauspieler ist nicht genug. Das ist doch eine Charakterfrage. Es gibt gute Schauspieler, mit denen man nicht sprechen kann. Sie hat eine Anti-Anti, wie ein Musiker hat gegen die Dirigenten oder ein Seemann hat gegen die Käpt'n. Und hier, hier fühle ich es gar nicht. Eine absolute Kooperation. Ich bedauere, dass es zu Ende kommt. Das gute Vergnügen war. Leider, da ist die Premiere. Gut oder schlecht, das ist vorbei. Schade. Ja, wie ist das denn? Premiere ist am 11. Sind Sie denn selbst noch aufgeregt vor so einer Premiere? Sie haben so viele Premiere schon hinter sich gemacht. Ich habe nicht gesagt, dass ich aufgeregt bin. Ich habe nur gesagt, ich bedauere, dass diese wunderbare Periode, wenn man ein eigenes Werk, welcher bei einem Schreibtisch geschrieben hat, plötzlich beginnt zu leben, ja. Und die Gestalten beginnen zu reden, was er geschrieben hat. Und es ist ein außerordentlich schöpferisches Gefühl, eine fast, um Gottes Willen, nicht glauben, etwas, fast göttliche Kreation. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich kreiere Leben auf dem Bild. Und noch dazu mit so begabten Leuten und in so gutem Theater. Ich bin wirklich glücklich damit. Das ist schön. Das ist kein Kompliment nur so. Wirklich glücklich. Ich habe schon in Berlin inszeniert einige Theater, war nicht so glücklich. Schön. Ich habe gehört, Ihre Frau wird auch anreisen zur Premiere. Spielt es eine besondere Rolle für Sie, wenn Ihre Frau sich die Premiere anschaut? Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei einer so wichtigen Welt-Uraufführung meine Frau die beste, ihre Frau von allem nicht da ist. Aber ich kann sagen, kommen auch meine Kinder. Ich kann sie nicht zurückhalten. Ich verstehe nicht dein Wort. Oh, der Raphael ist perfekt Deutsch. Dr. Raphael ist schon Veterinar, weil er hat in Heidelberg absolviert. Ja, und die anderen beiden? Die anderen beiden, ich verstehe nicht dein Wort, aber Sie werden sehen, wie die Leute diese interessante Sprache sprechen, welche so ähnlich ist zu Jiddisch. Aber das ist alles. Ja, es ist für ein gutes Gefühl, dass meine Familie, Sie sehen, was Papi gemacht hat. Das ist schön. Jetzt arbeiten Sie in Berlin. Wie finden Sie das Berlin der 90er Jahre? Schauen Sie, es ist natürlich, da ist der Wendepunkt, wie man die Ostis auch Wende nennen, ja? Ja, es wird eine riesige Metropolis wieder sein, eine einmalige Stadt, wie sie es sein. Aber wenn Sie erlauben, ich zitiere mich, was ich gesagt habe, dass es hat den Sechsepil verloren. Der Mauer war der Sechsepil, ja. Und das ist jetzt leider nicht... Ich wollte es vorstellen, sollen Sie es wieder bauen? Ja, dass die Touristen es so kommen und es anschauen. Aber es sind ja trotzdem noch einige Touristen hier, obwohl die Mauer nicht mehr steht. Ja, ja, es kann man nicht aufhalten, Berlin. Und ich glaube, dass Ihre vorige Regierung hat es gerade richtig gemacht, dass von Bonn es doch hergebracht hat. Und eigentlich, das ist ein Interesse von ganz Deutschland, außer Bonn. Heute war unser Gast, Herr Kishon, Herr Richter, Ilja Richter, der uns eine kleine Anekdote erzählt hat. Und Sie gefragt hat, wie ist das denn, wie schreiben Sie denn am Computer oder wie ist das mit dem Humor? Und da hat er mir gesagt, dass Sie so gemacht haben. Das ist kein Humor. Ja. Das ist Humor. Ja, 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 ganz genau so. Ich schreibe alles. Nur der einzige Unterschied ist die Gegenrichtung. Ich schreibe so. Ach so, ja. Vorher gesagt nicht, weil ich schreibe Hebräisch, ja. Und immer mit der Bleistift. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand Humor mit seiner Computer schreibt. Ich weiß nicht, vielleicht irre ich. Vielleicht bin ich eine Generation, welche schon keinen Platz hat in dieser Welt. Aber ein Erfolg, das immer mit Bleistift 3b, habe ich geschrieben, ungefähr 50 Bücher. Herr Kishon, toi, toi, toi für die Premiere, für die Uraufführung am 11.11. in der Tribüne. Dankeschön, dass Sie hier bei uns im Studio waren. Ich muss es noch sagen, wir haben auch den 9. eine Vorvorstellung, oder wie nennt man es? Eine Vorpremiere? Vorpremiere. Und ich noch einmal sage, ich glaube, da ist die Kamera. Ja, bitte. Ich bin verantwortlich für Herr Wisske. Bleibt das Stück noch ein bisschen bei mir. Und für den 13.11., meine Damen und Herren, haben wir jetzt 5x2 Freikarten. 013744498. Das Stück, also der Vaterschaftsprozess des Josef Zimmermann von Efrahim Kishon. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.